Hallo, mein Name ist Thomas. Willkommen zum Einführungsvideo zum Advanced Location Finder, kurz ALF genannt. Mit dem Gerät kann man, bevor die DL zum Einsatz kommt, den richtigen Standort feststellen. Hier das Gerät ganz kurz, beginnend mit der Rückseite. Darauf ist eine kurze Bedienungsanleitung mit verschiedenen Symbolen. Gerät einschalten, auswählen der Abstützung und der Korbbesatzung, das Anvisieren, das Messen und den Standort markieren. Die Vorderseite, das ist die Symbolik in Knöpfe. Langes Drücken auf Grün, schaltet das Gerät ein. Links oben ist die Auswahl der Abstützung, groß, mittel, klein. Rechts oben ist die Auswahl der Korbbesatzung, hier immer drei Mann. Und der rote Knopf ist der Laser zum Messen. Bei Dauer drücken des Lasermessknopfes wird eine Dauermessung aktiviert.